Heute mal wieder eine Theorie Stunde und zwar etwas aus dem Netzwerk beziehungsweise Serverbereich. Zumindest kam es da ursprünglich her, heute aber teilweise auch schon bei diversen Leuten zu hause zu finden. Und zwar soll es gehen um das Thema RAID. RAID stand dabei ursprünglich für Redundant Array of Independent Disks, aber heute wird es eigentlich nicht mehr unter dem Namen genutzt. Das heißt, wir bezeichnen das Ganze einfach nur als RAID. Dahinter steckt eine Technik, um mehrere Speicher, also Festplatten, SSDs oder ähnliches gleichzeitig zu nutzen, um die zu einem großen System zusammenzufassen. Das Ganze hat allerdings nicht nur eine Methode, sondern es gibt verschiedene Arten, wie man das umsetzen kann. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile und entsprechend dann auch unterschiedliche Anwendungsgebiete, wo die zum Einsatz kommen. Diese Methoden, die nennen sich auch Level und ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die wichtigsten Level an, die so am verbreitetsten sind. Das erste wäre RAID 0 bzw. Level 0, auch Striping genannt. Und da können wir ab zwei Festplatten anfangen. Das heißt, wir malen hier einfach mal zwei Festplatten. Und gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben eine Datei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was wir jetzt machen, wir haben unsere eingehenden Daten, die zerteilen wir in kleine Häppchen. Und die Häppchen, die schreiben wir unterschiedlich hin. Das erste Häppchen kommt auf die erste Festplatte, das zweite auf die zweite Festplatte. Dritte Häppchen wieder auf die erste, vierte Häppchen auf die zweite Festplatte und immer so weiter. Das hat einen großen Vorteil und zwar, nun ja, wir können diese beiden Häppchen hier, da sie auf zwei unterschiedlichen Geräten liegen, ja gleichzeitig schreiben. Die eine Hälfte wird hier geschrieben und gleichzeitig wird hier schon die zwei geschrieben. Das heißt, beim Schreiben haben wir mehr oder weniger die doppelte Geschwindigkeit. Stimmt nicht ganz, weil auch der RAID-Controller bzw. der ganze PC muss natürlich auch die Daten schnell genug anliefern können, aber generell deutlich höhere Geschwindigkeit. Beim Lesen ist es natürlich genauso. Wir können die beiden Häppchen gleichzeitig lesen, also auch da schneller. Hat aber natürlich auch Nachteile. Wenn nämlich eine von diesen beiden Festplatten kaputt geht, dann sind alle Daten mehr oder weniger unbrauchbar. Gehen wir mal davon aus, die hier würde wegfallen. Nun ja, wir haben noch den ersten Datenteil, den dritten, aber das dazwischen fehlt uns und ja, üblicherweise ist das dann ein Totalschaden. Von der Größe haben wir die Originalgröße. Das heißt, sagen wir mal, dass hier sind jeweils 1TB festplatten. Das heißt, wir können jetzt ja abwechselnd speichern. Alles wird nur einmal gespeichert. Das heißt, beide zusammen haben wir 2TB an Speicherplatz. Und wenn wir wollen, können wir dann immer mehr hinzufügen. Sagen wir noch eine dritte 1TB Platte, dann hätten wir natürlich 3TB. Und dadurch, dass wir dann hier wieder verteilen, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, können wir jetzt auf einmal 3 Häppchen gleichzeitig schreiben oder lesen. Und entsprechend wird das Ganze auch dann an der Stelle schneller, je mehr Festplatten wir hinzufügen. Aber es steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine mal kaputt geht. Das andere Extrem, was wir haben, das ist das sogenannte RAID 1. RAID 1 nennt sich auch Mirroring und genau das tut es. Es mirroert, also es spiegelt alle Daten. Gehen wir mal davon wieder aus. Wir hätten zwei Festplatten. Dann würde er jetzt hingehen, auch unsere Daten wieder in Häppchen zerschneiden. Aber er schreibt auf beide den ersten Teil, auf beide den zweiten Teil, Vorteil an der Sache. Nun, wenn die Festplatte kaputt ist, dann haben wir trotzdem noch alle Daten. Es ändert sich nichts. Und wir können beliebig viele Festplatten noch hinten dran hängen. Und solange eine einzige von diesen Festplatten noch da ist, gehen uns keine Daten verloren. Wir haben also eine sehr hohe Datensicherheit. Nachteil an der Sache. Nun, da haben wir direkt mehrere. Und zwar das erste, wir müssen die Daten ja auf alle vier schreiben. Das heißt, beim Schreiben der Daten haben wir keinen Gewinn an Geschwindigkeit. Beim Lesen ja, weil wir können sagen, okay, hier lesen wir den ersten Teil, den zweiten fangen wir hier schon anzulesen und auf der Festplatte fangen wir den dritten anzulesen. Das bringt also tatsächlich ein Plus. Aber dafür müssen wir auch eine Menge bezahlen. Gehen wir mal davon aus, wir hätten hier tatsächlich vier Festplatten mit jeweils einem Terabyte. Nun, die Gesamtspeicherkapazität von all diesen Festplatten vom kompletten System ist ein Terabyte. Wir verlieren also sozusagen drei Terabyte, die wir nicht nutzen können, sondern lediglich für die Sicherheit hier reinbringen. Ist also entsprechend teuer. Das dritte, was noch relativ verbreitet ist, das ist das Rate 5. Das ist das sogenannte Striping mit verteilter Parität. Ist, wie man hört, schon ein bisschen komplizierter. Ihr braucht dafür mindestens drei Festplatten. Ab da macht es Sinn. Also bauen wir es jetzt mal mit drei auf. Und was wir machen, ist im Prinzip erstmal dasselbe wie beim Rate 0. Und zwar wir teilen den Häppchen auf, schreiben das erste Häppchen hier hin, schreiben das zweite Häppchen hier hin. Aber hier kommt nicht das dritte Häppchen hin, sondern die sogenannte Parität. Was heißt Parität? Nun, Parität heißt nichts anderes als eine Prüfsumme oder irgendetwas, womit wir Daten wiederherstellen können. Gehen wir davon aus, wir hätten hier tatsächlich 1 und 2 drinstehen. Eine Parität wäre zum Beispiel XOR. Das heißt, wir können jetzt hingehen, schreiben hier mal binär eine 1. Das wäre die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir schreiben binär die 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, äh, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da fehlt eine 0. Äh, 1, 0. So, jetzt stimmt's. Dann können wir jetzt hier ein exklusives Oder machen. Ähm, 1 XOR 0 ist 1. 0 XOR 1 ist 1. Und 0 XOR 0 ist jeweils 0. 5, 6. So, das heißt, das hier wäre unser XOR. Wenn an beiden Stellen eine 1 stände, wäre das auch eine 0, weil es ein exklusives O da ist. Das heißt, hier diese Zahl, die würden wir jetzt hier reinschreiben. Das wäre hier die 3, aber die 3 ist unsere Parität. Das sind keine Daten. Bei der nächsten Runde würde er weitermachen, würde die 3, 4 schreiben, aber nicht wie jetzt, sondern er würde die 3 hierhin schreiben, die 4 hierhin. Und auch da rechnen wir mal wieder die Parität aus. 3 wäre die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 wäre die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Äh, 1, 2, 4 müsste eigentlich stimmen. Und ein XOR 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Das hieße, wir wären bei der 4, 5, 6, 7. Das heißt, hier würde die 7 stehen. Das ist aber unsere Parität. Nächste Runde dann entsprechend wieder. Wir würden hier die 5 hinschreiben, hier die 6 und hier gehen dann die Parität hin. So, rechnen wir mal jetzt nicht aus. So, warum jetzt dieses ganze Komplexe? Nun ganz einfach. Egal, welche Festplatte ausfällt, eine von diesen 3 darf kaputt gehen und wir verlieren keine Daten. Warum verlieren wir keine Daten? Nun, weil wir die Parität haben. Sagen wir mal, die hier würde ausfallen. Jetzt kennen wir noch die 1 und wir wissen, hier hinten steht eine 3. Das wäre ja hier oben. Die 1 kennen wir und die 3 kennen wir. Und jetzt können wir einfach zurückrechnen. 1, 1 gibt eine 0, 1, 0 gibt eine 1, 0, 0 gibt eine 0 und so weiter und so fort. Das heißt, wir können wieder berechnen, aus den beiden Daten hier, dass hier in der Mitte mal eine 2 stand. Das ist natürlich aufwendig, aber wir verlieren keine Daten. Warum macht man das jetzt hier so? Nun ganz einfach. Wir haben jetzt hier, sagen wir mal, wieder 1 Terabyte Festplatten. Und dann können wir einfach sagen, wir haben jetzt hier aus diesen 3 Festplatten etwas gemacht, wo wir eine Datensicherheit haben. Wir können eine Festplatte verlieren, aber wir haben 2 Terabyte an Speicher verfügbar, weil auf 2 Platten sitzt ja jeweils immer unsere Nutzdaten. Das heißt also, wir verlieren nicht ganz so viel wie bei Rate 1, haben aber auch eine gewisse Sicherheit. Das können wir natürlich erweitern, indem wir beispielsweise noch Festplatten hinten ran setzen. Dann würde sich sogar die Effizienz noch steigern. Zum Beispiel, wenn wir noch 2 Festplatten dabei machen würden, dann hätten wir hier unten 4 Terabyte an nutzbarem Speicher. Aber auch von diesen 5 Platten dürfte immer nur eine ausfallen, sonst würden wir die Daten verlieren. Wie ihr gerade schon gehört habt, es ist aufwendig. Das bedeutet, gerade beim Schreiben verlieren wir eine Menge Geschwindigkeit. Denn selbst wenn wir kleine Häppchen schreiben, wir müssen ja diese komplette Parität neu berechnen. Das heißt, im Zweifelsfall müssen wir auch die Daten, die schon da sind, wieder lesen. Also alles eher langsam. Beim Lesen ist es ein bisschen schneller, weil wir können ja von N-1 Platten gleichzeitig lesen. Das ist auch gleichzeitig die Berechnung für die Größe. Wir haben N Festplatten, das heißt zum Beispiel 5 Festplatten. Minus 1, 4 Festplatten gibt die nutzbare Kapazität. Also hier zum Beispiel 4 Terabyte. Es gibt noch ein paar selten benutztere Sachen. Da gibt es beispielsweise die, die man ab und an auch sieht, das RAID 6. RAID 6 ist ähnlich wie das RAID 5, aber von diesen Festplatten dürfen dann 2 ausfallen. Es gibt 2 Paritäten. Das hieße hier, bei 5 Festplatten von 1 Terabyte könnten wir dann 3 Terabyte nutzen und es dürfen 2 mal ausfallen. Außerdem gibt es noch Kombinationen. Zum Beispiel ist relativ bekannt RAID 10 oder RAID 50. Da gehen wir einfach hin, bauen zum Beispiel bei RAID 10 ein RAID 1. Das heißt, wir machen hier ein RAID 1. Hier ist der erste Teil. Dann machen wir noch ein RAID 1. Aber die beiden, die führen wir wiederum in ein RAID 0 zusammen. Das heißt also, er würde jetzt hingehen, wenn wir die Daten 1, 2, 3 hätten. 1, 2, 3, 4. Er würde hier 1 hinschreiben auf beide Platten. Er würde hier auf beide Platten 2 hinschreiben. Dann würde die 3 hier wieder auf beide Platten, die 4 hier auf beide Platten. Das vereint mehr oder weniger von beiden Leveln die Vorteile. Zum einen, wir kriegen eine höhere Geschwindigkeit. Beim Schreiben können wir auf jeden von diesen Pools gleichzeitig schreiben. Wir haben also doppelte Geschwindigkeit. Beim Lesen sogar mehr. Denn wir können ja hier 1 lesen, hier 3, hier 2. Das hieße, wir hätten hier sogar die vierfache Geschwindigkeit. Und bei der Ausfallsicherheit. Nun, von jedem dieser Pools hier darf eine von den Festplatten ausfallen. Das heißt also, wenn sie gut ausfallen, in guter Reihenfolge, darf die und die 2 Stück ausfallen. Würden aber hier 2 Stück ausfallen und hier noch beide da sein, das ginge nicht. Dann würden wir die Daten verlieren. Beim RAID 50 ist es dann ähnlich. Nur, dass wir hier kein RAID 1 haben, sondern entsprechend ein RAID 5. So. Was außerdem noch zu erwähnen ist, auf Hardwareseite, was man häufiger mal liest, ist ein Hot Spare. Das heißt nichts anderes, dass in hier so einem Festplattensystem noch eine Festplatte mehr eingebaut ist, die aber gar nicht benutzt wird. Und was passiert? Nun, sagen wir mal, hier geht eine Festplatte kaputt. Dann würde automatisch ja anfangen, die Daten hier auf die Festplatte wieder zurückzurechnen. Das heißt hier zum Beispiel RAID 5. Ging ja jetzt hin, würde sich die 1, die 3 angucken, weiß, es ist eine 2 da, schreibt dann hier auf die Platte eine 2. Guckt sich die 7 und die 4 an, weiß jetzt, aha, hier ist die 3 gewesen, schreibt die 3 hin. Guckt sich die 6 und die 5 an, das sind ja unsere Daten, rechnet die Parität wieder aus, können wir hier die Parität hinschreiben. Und so haben wir dann nach einem relativ kurzen Moment, beziehungsweise, gut, kurz ist relativ, es dauert natürlich ein paar Stunden, je nachdem wie viel Daten ihr habt. Aber er würde dann nach und nach die kaputte Festplatte hier wieder aufbauen und so seid ihr dann wieder geschützt. Es gibt da natürlich noch einen Haken und zwar, wenn während des Aufbauens eine von den anderen Festplatten ausfällt, dann sind eure Daten weg. Das ist halt immer das große Risiko, wenn ihr zum Beispiel bei RAID 5 nur eine Platte verlieren dürft. Deswegen wäre das zum Beispiel ein Punkt, wo RAID 6 eventuell interessant ist. So, das hier ist jetzt erstmal das grobe Konzept oder die unterschiedlichen Konzepte, die es gibt. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen, die ihr wissen sollte. Das heißt, wir gucken uns jetzt RAID an und zwar an einer anderen Stelle, nämlich die Arten, wie kann man denn RAID überhaupt benutzen. Der Klassiker, das ist ein sogenanntes Hardware-RAID. Bei einem Hardware-RAID, da habt ihr spezielle Karten, die das erledigen. Da gibt es zum Beispiel hier, komm mal hier rüber, so etwas. Das ist so ein klassischer Hardware-RAID-Controller, ein relativ einfacher, der hat nicht viele Anschlüsse. Hier ist ein eigener Prozessor drauf, der übernimmt dieses ganze Berechnen, was halt vor allen Dingen bei solchen Sachen wie RAID 5 natürlich interessant ist. Und meistens haben hier diese RAID-Controller auch noch sehr viele erweiterte Funktionen drauf. Hier, der hat zum Beispiel noch zusätzlichen Arbeitsspeicher, das heißt RAM. Und das läuft dann so ab, wenn euer PC etwas schreibt, dann schreibt ihr das erstmal in den RAM. Der ist natürlich sehr schnell und sagt dem PC, jo, kannst du schon mal weitermachen. Um das auf die Festplatte kümmere ich mich. Normalerweise möchte man sowas nicht, denn das hieße, wenn der Strom ausfällt, habt ihr einfach irgendwelche Daten, die mittendrin fehlen. Da gibt es natürlich auch eine Gegenhilfe und zwar haben hier diese RAID-Controller, die sowas machen, meistens noch einen eigenen Lithium-Akku mit dabei, dass, wenn der Strom ausfällt, er die Daten noch behalten kann und sobald wieder Strom da ist, solange der Akku natürlich noch Energie hat, würde er die Daten dann, wenn er wieder hochfährt, auf die Festplatten schreiben und ihr verliert nichts. Die RAID-Controller, die gibt es dann in verschiedenen Ausführungen. Hier haben wir zum Beispiel auch einen, ich meine zumindest, das ist RAID. Hier sieht man zum Beispiel, der hat einfach viermal SATA, der hier, der hat diese Mini-SAS-Heißen, die glaube ich, das sind acht Festplatten insgesamt. Meistens werden die aber gar nicht so benutzt, sondern dann nochmal mit hier sowas. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Hub für SAS oder SATA. Es kommt ein Kabel hier hinten rein, ihr habt mehrere Festplatten hier vorne und das ist dann meistens in Kombination mit Servern im Einsatz. Das ist die sogenannte Backplane. Das heißt, ihr habt vorne am Server entsprechende Slots und ihr könnt im Betrieb da Festplatten rausziehen und reinstecken. Was dann heißt, wenn eine Festplatte kaputt ist, geht ihr einfach an den Server und ohne ihn auszuschalten oder irgendwas, zieht ihr die kaputte Platte raus, schiebt eine neue Ganze rein und Thema erledigt. Ohne Ausfall geht es weiter. Ja, technisch ist das nichts anderes als ein SAS- oder SATA-Anschluss, das heißt, ihr habt hier zum Beispiel die 2,5 Zoll Festplatten hierbei und der würde einfach nur hingehen, da sind dann Schienen und wenn ihr die reinsteckt, dann steckt ihr im Prinzip einfach nur den SATA-Stecker ein. Mehr war das nicht. Gut, das ist halt das sogenannte Hardware Rate. Vorteil, wie gesagt, wir haben eine relativ schnelle Sache, denn ja, dieser komplette Prozessor, der hier drauf ist, übernimmt alle Berechnungen und die komplette Verwaltung, etc., etc. Weiterer Vorteil, es ist in Hardware, das heißt, das BIOS kennt das. Zum Beispiel, wenn ihr bootet, ihr habt ja eine Boot-Festplatte, wenn die Boot-Festplatte im RAID 1 ist und die erste Platte ist kaputt, würde er mit der zweiten weitermachen, denn der Controller kümmert sich darum, die richtige Platte zu finden. Nachteil an der Sache, nun, es ist nichts standardisiert. Das hieße zum Beispiel, wenn jetzt hier der Prozessor oder die Karte irgendwo durch kaputt gehen würde, nun, ich kann jetzt nicht einfach die Festplatten hier an die nächste anklemmen und meine Daten werden wieder da, sondern ich muss tatsächlich hier dieselbe Karte mit derselben Software teilweise wieder an Land schaffen, sonst kann es passieren, dass da keine Daten mehr zu retten sind. Die Alternative, die es sonst noch gibt, wäre das Software-RAID. Hier haben wir halt, wie der Name schon sagt, alles in Software. Das heißt, das Betriebssystem oder der Treiber kümmert sich darum, die Daten passend aufzuteilen. Nun, der Vorteil daran, solange wir die Software irgendwo ausführen können, können wir auch die Daten wieder retten. Zum Beispiel könnte man einfach hingehen, wenn der PC kaputt ist, man holt die beiden Festplatten, die in RAID 1 mal waren, in Software, schließt seinen nächsten Rechner an und wenn die gleiche Software drauf ist, also gleiches Betriebssystem oder gleicher Treiber, dann ist das überhaupt kein Problem, läuft direkt weiter. Nachteil, das BIOS weiß nichts davon, wobei das nicht direkt ein Nachteil ist, weil die meisten Betriebssysteme haben einen Bootloader und der kann das dann entsprechend ausbügeln. Aber ein Nachteil, den wir auf jeden Fall haben, die CPU muss sich um alles kümmern. Gerade bei RAID 5, diese ganze Berechnung, die muss beim Prozessor ablaufen. Das ist bei heutigen CPUs natürlich nur noch irgendwie so ein paar Prozent, fällt also nicht ganz so schwer ins Gewicht. Aber ihr solltet halt im Hinterkopf halten, die ganzen Daten müssen den Weg über den Prozessor nehmen. Und entsprechend kann das zu einem Geschwindigkeitsverlust führen. Es gibt noch ein Mittelteil, das ist das sogenannte Host RAID oder auch genannt Fake RAID. Das habt ihr eventuell schon mal gesehen, das wird sehr häufig bei so PCs oder Mainboards für Heimanwender benutzt. Da steht im BIOS dann etwas vom RAID. Im Prinzip ist es aber nichts anderes als ein Software RAID, wo der Treiber dann auch im BIOS hinterlegt ist, so dass ihr da noch was habt. Beim Host RAID habt ihr allerdings auch wahrscheinlich das Problem, dass eventuell da Probleme auftreten können, wenn ihr den Hersteller wechselt. Denn ja, meistens sind diese Host- oder Fake RAID-Produkte ans BIOS gebunden. Das heißt, ihr müsst dann denselben BIOS-Chip-Hersteller zumindest benutzen, wenn ihr es woanders benutzen wollt. Und da fällt mir gerade noch ein Punkt ein bei Software. Das ist jetzt kein klassisches RAID, aber es gibt noch die sogenannten Dateisysteme mit RAID. Da ist beispielsweise zu nennen ZFS oder BTFS, hatte ich hier auf dem Kanal auch schon mal gezeigt. Die machen im Prinzip dasselbe wie das RAID, was ich erklärt habe. Aber die machen gleichzeitig noch die Dateiverwaltung. Das hat dann den Vorteil, hier bei diesem ganzen RAID reden wir davon, dass wir mit Blöcken arbeiten. Das heißt, unser PC sagt mir, schreib bitte das, schreib bitte das, schreib bitte das. Wenn jetzt eine Festplatte kaputt geht, gehen wir hin und bauen alles wieder hier auf, wie wir eben gesagt haben. Bei einem Dateisystem RAID ist das ein bisschen anders. Der muss das zwar auch aufbauen, aber der weiß ja, welche Dateien sind inzwischen schon gelöscht worden. Und entsprechend, wenn wir jetzt hier wissen, okay, das hier, das hier, das ist schon gelöscht worden und das hier auch, dann muss er hier diesen Bereich, den unteren, gar nicht mehr aufbauen, sondern nur noch hier oben. Und entsprechend ist er dann schneller fertig. Und naja, wenn er schneller fertig ist, sinkt auch wieder das Risiko, dass während dem Rückaufbau, sage ich mal, noch eine andere Platte kaputt geht. Also kommen wir mal zum Fazit, wenn ihr das richtige RAID-Level für euren Zweck einsetzt, dann könnt ihr da durchaus für Geschwindigkeit oder Datensicherheit einfach durch hinzufügen von Festplatten ein paar Bonuspunkte erzielen, das Ganze schneller machen, das Ganze sicherer machen. Ich selber mische, zum Beispiel habe ich für die Videobearbeitung in RAID 0. Ganz einfach, ich möchte, dass die Daten schnell an Land sind und das in riesen Datenmengen und hey, wenn es weg ist, ich habe noch meine SD-Karte mit einer Kopie. Und ansonsten, wenn es um wichtige Daten geht, da kommt es halt immer darauf an, wie sehr ich darauf verzichten kann, RAID 1, RAID 5, RAID 6 oder ähnliches. Was man aber in jedem Fall im Hinterkopf behalten soll, um die gute alte Ananas der Schweichergurke zu zitieren, ein RAID, das ist kein Backup. Und das kann es auch nie ersetzen, denn so ein RAID, das ist nur dafür da, dass ihr Daten verfügbar haltet. Das heißt also, wenn es euch darauf ankommt, dass wenn eine Festplatte kaputt geht, ihr weiterarbeiten könnt oder in dem Fall hier halt eine Geschwindigkeitssteigerung rausholen wollt, dann ist RAID das Richtige, wenn es darum geht, Daten sicher zu machen vor Dingen, die die Daten beschädigen, ist RAID nicht euer System. Ihr könnt zwar ein paar Fehler abfangen, aber es gibt jede Menge Sachen, die schief gehen können. Zum Beispiel, wenn ein Benutzer absichtlich was löscht, nun das RAID ist gnadenlos, das schreibt das auf alle Festplatten, da kommt er nicht mit weiter. Es gibt also kein Archiv über gelöschte Daten, wenn er es nicht dranflanscht. Genauso, wenn irgendwas kaputt geht an der zentralen Stelle, wir hatten eben ja gesagt, wir haben irgendwie eine Software oder einen RAID-Controller. Nun, auch die können Fehlfunktionen haben und die können euch das RAID zerstören. Ich selbst hatte schon den Fall, ihr kennt das, gerade in kleineren Firmen hat man teilweise dann nicht ein Rechenzentrum, sondern irgendwie ein Server, da läuft alles drauf und der darf dann nicht kaputt gehen. Ja, es kam, wie es kommen musste. Irgendwann wurde ich dann angerufen, hör mal, pass mal auf, da ist eine rote Lampe an der Festplatte. Ja, ist ja kein Problem, war in dem Fall, ich glaube, ein RAID 5 oder so. Das heißt, wir können immer noch eine Festplatte rausziehen, die Ganze wieder reinschieben, haben wir auch fleißig gemacht und hat fleißig angefangen, die Daten wieder herzustellen, bis dann irgendwann das böse Erwachen kam, denn das Ding hatte einen Firmwarefehler und er hat die leere Festplatte, die wir frisch reingeschoben haben, auf die vollen drauf kopiert. Ja, alle Daten weg. Wann das letzte Mal das Backup getestet wurde, nun, ich denke mal, ihr wisst, wie es bei euch aussieht, wann ihr euer Backup zumal letzt getestet habt. Es war ein sehr, sehr langes Wochenende. Aber genug Opa erzählt vom Krieg, ich denke, es ist klar geworden, wofür man RAID benutzen kann, Geschwindigkeit oder Verfügbarkeit und nicht als Backup-Ersatz. Und ja, wenn es nächstes Mal euch eine Platte kaputt geht und ihr trotzdem weiterarbeiten könnt, ja, dann habt ihr offensichtlich ein RAID und euer Controller, der die Software tut, was sie soll. Und ja, dann habt ihr euch eine Platte kaputt geht und ihr wisst, was sie soll.